Abgehängt? Autoaktien im Vergleich. Die Tesla-Aktie sehr gesunken ist. Der Hintergrund. Musk verkauft einen Tesla 40% günstiger als in den USA in China. Musk will am chinesischen Automarkt bleiben. Das deutsche Autobauer bislang nicht mehr gelingt. China setzt vermehrt auf ihre eigenen Automarken, die auch in der Technik mehr können zu einem guten Preis. Tesla wird bis 2025 ein Gewinnzuwachs von 60% zugetraut. VW mit einem Plus von 15% und bei Toyota werden nur 3% mehr erwartet. Büt die neue chinesische Automarke ein Elektro-Pionierer dem größeren Wachstum zugetraut wird. Es wird erwartet bis 2025 ein 150% steigern des Netto-Betrags. Die Aktie ist aktuell günstig zu haben. Grafik und Thema in der Wirtschaft Woche 26. April 2023